Peace Freunde, ganz kurz bevor das Video losgeht. Falls ihr auch krasse Boxen, Sleeves oder Matten haben wollt, checkt Sleeve Chief unten in der Beschreibung ab. Erster Link. Wir haben hier einmal die G5 Box, die Pot of Greed Box, O2G Sleeves, Border Sleeves, es gibt mittlerweile auch Aura Sleeves, eine schöne Matte von Sleeve Chief. Die Produkte können natürlich ausverkauft sein, das heißt immer G61 folgen und Sleeve Chief natürlich auch, damit ihr immer die Releases und die Resorts mitkriegt. Jetzt geht es weiter mit dem Video. Läuft schon? Läuft, okay. Hast du eine Folge, Bro? Ach, schön, Bro, das ist ein bisschen. Ist das bei mir? Ja. Ist das bei mir? Fahmer? Fahm. Sleeve Chief! Fahm. 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 Nächstes Mal hoch. 1510. Aber ich wusste, was? Normals haben wir perfekt. Ein, ein, zwei. Okay, jetzt. Drücken Sie. Ist das okay? Ja, ist gut. Ich bin, du darfst, ich bin nicht rein. Perfekt. Ja. Ne, ne, ne. Das ist die, die eine Spelle, die das hättet, ne? Ne, auf die Hand. Auf die Hand? Ja. Perfekt. Ja. Drei Frauen auf Albers im Geld. Ja. Drei Frauen auf Albers im Geld. Ja. Drei Frauen auf Albers. Ja. 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 Ja, ja. Mirul. Ja. 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 Das istия Volk. Vielen Dank. 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 Anne. Anne. Yeah. 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 Yeah.